Jo Don, ich möchte dir meine Schwester Pam vorstellen. Pam, das ist Jo Don, Frau im Namen Pam. Es ist mir ein Vergnügen. Cliff hat in den höchsten Tönen von Ihnen gesprochen. Danke. Hör zu, ich habe keine Lust, das fünfte Art der Bahn zu sein. Um das zu ändern, werde ich Mandy anrufen. Wer ist Mandy? Eine Frau, die ich kenne. Sie wird mir gefallen. Jo Don. Na nur, gewöhnlich mache ich bedeutend. Mehr Eindruck. Na? Ähm, Bobby, das ist... Jo Don, freut mich, Mr. Fox. Jo Don, das ist mein früherer Mann, Bobby Luhl. Oh, wie geht's Ihnen? Danke. Ich habe mich gestern wirklich gut mit Ihnen amüsiert. Und vorgestern auch. Pam, hast du noch nicht gesagt, dass Christopher bald fertig ist? Er wird gleich kommen, Bobby. Ich hatte gedacht, aller guten Dinge sind drei. Haben Sie heute Abend wieder Zeit? Nein, heute geht es nicht. Wie fühlt sich denn das? Und wie sieht's morgen Abend aus? Nein, ich glaube, da ist der Christopher. Hey, wer ist denn dieser kleine Weg? Nein, ich will nicht. Jo Don. Alles in Ordnung. Lassen Sie ihn runter. Wie heißt er denn, Partner? Ist ja nichts passiert. Tränen haben noch niemanden geschalt. Ich sagte runter mit ihm. Ach. Jo Don, bitte. Ach, das macht ihm doch Spaß. Komm, wollen wir Reiten spielen, hä? Ja. Jetzt geht mich nichts an, mit wem kein Umgang hat, aber eins sage ich Ihnen. Hände weg von meinem Sohn. Seien Sie friedlich, Partner. Wir haben ja nur gespielt. Ja. Ich halte nicht viel von deinem Geschmack in Bezug auf Männer. Vielleicht solltest du ihn dort rausholen, bevor er Rutschen schlägt. Ich halte nicht. Vielen Dank.